Moin, ich bin Schagel, Personal Trainer und so genannter Crossfit Coach aus Hamburg. Jetzt mal was ganz anderes im Gegensatz zu den anderen Videos. Es wird geballert. Das heißt, es gibt ein kleines Cardio-Inferno. Wir arbeiten mit vier verschiedenen Übungen, die wir ineinander reihen. Jede Übung immer nur für 30 Sekunden und jedes Mal danach eine Minute Pause. Ihr könnt die insgesamt zwei Minuten Aktion, also gern ein bisschen Gas geben. Bestehend aus Hampelmännern, also Jumping Jacks, wie wir sie nennen. Danach High-Kicks auf Tempo. Danach Inch-Walks, so eine Art Burpee skaliert, wo ihr quasi einfach nur euch hinlegt und wieder aufsteht und danach einfach nur auf der Stelle sprinten. Danach, also insgesamt zwei Minuten, danach immer in eine Minute Pause. Komm, was wolle. Ja, insgesamt dreimal. Das geht. Okay. Wenn ihr soweit seid, ich wäre es, wir starten mit Jumping Jacks. Achtet auf die Zeit. Wir starten in drei, zwei, zwei, eins. Jumping Jacks für 30 Sekunden. Gleich in die High-Kicks. High-Kicks. Gleich die Inch-Walks. Fünf Sekunden. Schnelle Hände. Gleich die Inch-Walks. Fünf Sekunden. Schnelle Hände. Abliegen. Wieder hoch. Kein Sprung. Nur aufrichten. Wieder hoch. 10 Sekunden. Durchatmen. Sprints. 30 Sekunden. Es geht nicht. Fünf. Und lösen. Das waren zwei Minuten. Mehr nicht. Hatte jetzt eine Minute Pause. Ich atme mal durch. Solltet ihr auch tun. Kleiner Tipp zwischendurch. Nicht mal unbedingt was trinken. Atme lieber ein bisschen. Noch zwei Durchgänge insgesamt. Dann haben wir es. Starten allerdings auch schon wieder 35 Sekunden. Uhr habt ihr eingeblendet. Starten wieder mit Hampelmännern. Genau. Langsam merkt ihr hoffentlich, dass die Atmung wieder ein bisschen runterkommt. Noch 15 Sekunden. 10 Sekunden noch. Langsam fertig machen. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins. Über dem Kopf zusammen und tut mir gefallen. Hände bitte hinterm Po. Berühren lassen. Gleich in die High-Kicks. 3, 2, 1, High-Kicks. 3, 2, 1, High-Kicks. Noch zehn Sekunden. Dann in den Inch-Walk. Fester Stand. Schnelle Hände. 3, 2, 1, High-Kicks. Noch zehn Sekunden. 3, 2, 1, High-Kicks. Lösen. Skipping. Drei Sekunden-Go. Komm! Noch 15. 3, 2, 1, 2, 1, und gehen jetzt los. Lösen. Ihr seht, ich werde am Ende auch immer langsamer. Das war ich bewusst. Am Anfang schnelles Tempo wähle. Das ist ein kurzes Workout. Heißt Sprint. Soll ein Sprint sein. Ansonsten wählt ihr natürlich selbst euer Tempo. Ihr müsst da so wieder das gleiche Tempo fahren wie ich. Ihr könnt aber auch gern schneller arbeiten als ich. Einen Durchgang haben wir noch. Noch einmal 2 Minuten Aktion. Und dann 1 Minute Rest bzw. Rest. So lange wie ihr wollt. Dann sind wir nämlich durch. Das heißt wir starten in 20 Sekunden mit Jumping Jacks. Humpelmännern. Denkt dran. Der letzte Durchgang. Wer will, darf gerne noch ein bisschen Stoff geben. Kleiner Tipp. Wenig reden. Hilft dabei die Luft wieder zu finden. 2, 1, Jumping Jacks. Noch 10. Danach in die High Kicks. Und High Kicks. Immer abwechselnd. Rechte Hand. Lenker Fuß. Gleich die letzten. Inch. Walks. 5 Sekunden noch. Position finden. Schnelle Hände. Und in den. Skipping. Skipping. Sprint. Die letzten 30 Sekunden. Wer kann Knie anziehen. So, komm. 15 Sekunden. 4, 2, 1, Schicht. 3 Runden. Hierbei 2 Minuten Ballern. 1 Minute Pause. Geil, dass ihr dabei wart. Ich hab sie gut gemacht. Danke. Euer Schale. Bis zum nächsten Video. 5, 2, 1. 6, 2, 1. Schicht. 7, 1. 9, 1, 2. 2, 1.